Das ist kein gewöhnliches Atelier und er ist kein gewöhnlicher Künstler. Nikas Safronov zeichnet heute ausnahmsweise mich als freundliche Geste. Sonst sitzen im Männermodell wie er, Alexander Lebedev, Milliardär, ehemaliger Politiker. Was halten die beiden von Russland? Von Russlands Eliten, die sie bestens kennen. Im Job und privat. Politiker sind wie Tauben. Wenn sie unten sind, fressen sie dir aus der Hand und wenn sie oben sind, machen sie dir auf den Kopf. Eine unreife Demokratie ist viel gefährlicher als die gelenkte Demokratie, die wir haben. Putin macht Sachen, die sich zuvor keiner zugetraut hat, außer Jesus Christus vielleicht. Vor Putin habe ich großen Respekt. Der Mythos, dass Putin-Regime nehme den Menschen was weg, ist ein Mythos. In der einst maroden Sowjetfabrik lässt der Milliardär Lebedev Teile für Kraftwerke bauen. Bisher ein Verlustgeschäft. Aber er macht das trotzdem aus Leidenschaft. Er kann sich das leisten, weil er viel Geld mit Wertpapieren, Immobilien und Telekommunikation verdient. Wie viele der Superreichen in Russland hat auch Lebedev sich seinen Anteil aus dem Sowjetimperium gesichert. Der Geschäftsmann glaubt aber, dass Russland sich verändern muss. Der Aufstieg unserer Wirtschaft kommt, wenn endlich Bedingungen dafür da sind. Russlands Betriebe sind auf der Strecke geblieben, weil kein Geld für sie da war. Es wurde geklaut, so wie früher alles in diesem Werk geklaut wurde. Ein Vorgänger, der Ex-Besitzer, sitzt heute im Knast. Russlands Wirtschaft ist schwach. Wegen niedriger Ölpreise und westlicher Sanktionen. Der Staat gibt für seine Bürger immer weniger aus, die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Moskau aber glänzt, Immobilienpreise steigen. Diese Gegend an den sogenannten Patriarchenteichen ist so teuer wie die Bestlagen in London oder New York. Russlands Profiteure, Russlands Eliten leben hier. Und die Superreichen geben gern ihr Geld aus. Er hat hier auch eine Wohnung. Ganz in der Nähe. Einen 800 Quadratmeter Palast. Der Maler Nikas Safronov zeigt mir seinen liebevoll umgebauten, gotisch-sakral wirkenden Altbau. Zehn Gehminuten vom Kreml entfernt. Jedes Stück eine Rarität. Darauf legte der Hausherr Wert. Auf bis zu 40 Millionen US-Dollar wird seine Stadtvilla geschätzt. Sein Malstil eine bunte Mischung. Er nennt das Dream Vision. Am teuersten sind die Herrscherportraits. Safronov gilt als Hofmaler und Freund von Oligarchen, Ministern und ihm. Ich zeichne Gesichter, die interessant sind. Niemand will wissen, wer beim Lotto mitspielt. Aber alle wollen den kennen, der die Million gewonnen hat. Putin ist so einer. Ein Profi. Ein Mann. Ein Patriot. Einer, den ich interessant finde und respektiere. Als Putins gemäßigter Kritiker gilt dagegen eher Alexander Lebedev. Der Milliardär finanziert die regierungskritische Novaya Gazeta und war mal selbst Abgeordneter des russischen Parlaments. Heute deckt Lebedev Korruption auf. Er drückt sich aber von Kritik am Präsidenten persönlich und dessen Verhältnis zu Oligarchen. Ich will nicht für die Oligarchen Partei ergreifen. Sie sind an ihr Geld durch illegale Privatisierungen gekommen. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Untersuchungen waren über Putin als Privatmann. Er hat kein Geld beiseite geschafft. Natürlich hat er die ihm wohl zustehende Anzahl von Residenzen, Autos oder Flugzeugen. Aber daraus macht er sich nicht viel. Er könnte auch gut im Zelt schlafen. Putin habe den Russen nach dem Zerfall der Sowjetunion ihre alte Größe wiedergegeben. Daran glauben hier viele. Auch Nikas Safronovs Projekte zeugen von der Rückbesinnung auf die alte Größe. Eine Größe, die der Westen nicht zu würdigen wisse, so der Maler. Der Westen benutzt Russland zur Abschreckung. Das ist aber falsch, denn Russland ist wichtig. Ohne Russland gäbe es kein Deutschland, kein Polen und kein Europa. Die Welt kann ohne Russland nicht existieren, so wie die Welt auch nicht ohne die Bienen existieren kann, obwohl sie ab und zu stechen. Das Bürohaus des Geschäftsmanns Alexander Lebedev liegt zwar deutlich weiter vom Kreml entfernt. Trotzdem glaubt auch er, dass Russland mit seiner jetzigen Politik auf einem richtigen Weg ist. Viele Probleme werden herbeigeredet. Den Tiefpunkt der Krise haben wir bereits hinter uns. Den Glauben an Russlands Zukunft teilen viele in der Generation Putin. Kritik äußern sie kaum. Russland sei nun mal ein einzigartiges Land, für das auch einzigartige Maßstäbe gelten müssten. Russland ist unbesiegbar. Und es wird weder kommunistisch werden, noch europäisch. Russland lebte schon immer nach eigenen Gesetzen. Und es ging seinen eigenen, besonderen Weg. Doch nur wer Geld hat, kann sich sein eigenes, goldenes Russland leisten. Und hoffen, dass es bleibt, wer es ist. Was ist denn? Ich bin Eltern. ülk Wie ist denn das?